Ja, wir hätten schon längst die Geduld verloren, aber der Herr hat noch lang Mut und möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Seht ihr mal, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist, dass er jedem Raum gibt zur Buße. Oh, hier möchte jemand wieder beleidigen. Gott segne dich, aber leider musst du raus. Wohl Arafat. Ja, ich würde gerne mit dem mal sprechen. Mit Arafat. Der ist ja auch da in diesen ganzen islamischen Räumen, also so ab und zu mal. Sieht man das ja, dass der mit irgendwelchen Muslimen da interagiert. Der Höllenbewohner. Ja, das ist derjenige, der an schwellende Busen glaubt. Genau der. Diejenigen, die an 72 Jungfrauen glauben, einen immer erigierten Palmen, PINIS und Jungfernhäuschen zerfetzen, das sind wahrhaftig die Höllenbewohner. Na, da hast du recht. Wie kann man nur, wie kann man nur an einen Gott glauben, der so üppige, schwellende, also so Frauen mit üppigen schwellenden Brüsten dahin stellt. Und dann noch ein Vorbild zu haben, der sich Koranverse macht, sozusagen. Hört ihr mich? Position gefunden. Position gefunden. Kommen mal bei mir vorbei, warst du in meinem Paket seit drei Jahren. Ja, dein ewiges Leben verpasst du auch, das ist auch heftig. Kommen mal bei mir vorbei, warst du in meinem Paket seit drei Jahren. Ja, dein ewiges Leben verpasst du auch, das ist auch heftig. Ja, ne, wenn man dann halt eine sehr, sehr heftige Sache hat. Hi. Hi. Kannst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Sprichst du? Nein, keine Mensch. Äh, okay. Die wollen alle Match machen. Ja, das kann doch nicht wahr sein, ey. Match, match, match. Warum? Nein, keine Matchi. Michi-Matchi. Hier geht's um Jesus, hier geht's um die Finsternis-Aufdenken. Der Jesus Christus ist das Wunderschönste, Wundervollste, der Heiligste, der Gerechte. Und er hat uns etwas anderes beigebracht, als ja an irgendwelchen sinnlosen Matches teilzunehmen. Ja, aber nochmal vielen Dank für alle, die hier so was reinschmeißen. Vielen neben Dank für die ganzen Likes, für die Geschenke und so. Ja. Möge der Jesus Christus euch das Zehnfache zurückgeben. Hex-Muslim, Hex-Muslim, Hex-Muslim. Ja, ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass der Jesus Christus uns so wunderschön wie die Engel machen wird. Und es weder heiraten noch verheiraten gibt. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, wie der Gott des Islams so anfängt, über das Paradies so zu berichten. Und man denkt sich dann so allen Ernstes, das ist dein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein. 72 Jungfrauen, Bäche voll mit Alkohol, so Honig, Milch und sowas. Köstlich für die Trinkenden. Alles für den Bauch. Merkt ihr nur Fleischliches? Und dann haben wir noch einen Sheikh Ibrahim, der auch noch beantwortet, dass man mit so einem Lamborghini durch Paradies rumfahren kann. Und dann muss ich an die Worte meines Bruders denken. Ja, alles ist im Paradies erlaubt. Stell dir mal vor, ich will dann im Paradies so rumfahren und Sheikh Ibrahim den ganzen Tag überfahren. Ja, alles ist erlaubt. Und dann sehe ich Al-Bud-Badah und fahre Al-Bud-Badah so kaputt. Und dann die anderen Muslime so. Den ganzen Tag will ich Muslim überfahren. Alles ist erlaubt. Und dann bin ich mit meinen riesen Palmen P-I-N-I-S, dann fahre ich so damit rum so. Gott sei Dank habe ich ja einen Cabriolet. Sonst würde ja dieses P-I-N-I-S mein Dach kaputt machen. Ja, wie sieht das Auto denn dann aus? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das muss auch ein schönes Cabriolet sein. Damit auch genug Platz für mein P-I-N-I-S da ist. Merkt ihr nicht, mit was für einer Religion wir es zu tun haben? Die Muslime müssten sofort aufwachen und sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist das für eine Religion, an die wir da glauben? In was für eine Sache bin ich da hineingeboren worden? Und für diese Sache gehen die sogar noch Morden. Morden bis zum Gehtnichtmehr. Dschihad machen. Für die Huren Ayn. Unfassbar. Unbelievable. Ja, Allah ist dann wie so eine Nähmaschine, näht er die ganze Zeit diese Frauen wieder zu. So steht es ja in dem Hadith. Dass die Jungfräulichkeit immer wieder hergestellt wird. Ja, der Muslim ist am zerfetzten Allahs wieder am Herstellen. Muslim ist am zerfetzten Allahs am Herstellen. Die ganze Zeit. Und die Muslime, die ins Himmelreich eintreten darf, guckt dabei zu, wie ihr Mann in Ewigkeit diese Frauen beglückt. Das ist das Abgefahrtste, was ich jemals in meinem Leben gesehen, gehört habe. Ja, deswegen fragen sich ja sehr viele so, was bekommt denn eigentlich die Muslima? Ja, da sagen die Gelehrten, dass die Muslimin ihren letzten Ehemann hier in der Dunja bekommt. Ja, wundervoll. Was ist, wenn sie diesen Typen gehasst hat? Er sie wie Dreck behandelt hat. Ja, Allah macht das schon. Allah nimmt ihr dann diese, hier, diesen Hass und alles weg. Ah, okay, alles klar. Schön. Sehr gut. Immer weiter. Hab ich dir eine Anfrage geschickt, oder was? Oder bin ich dir jetzt gefolgt, oder wie? Ich weiß es nicht. Dr. Schech Abu Amir. Was kann ich für Sie tun? Alias Abu Hetzer. Abu Hetzerei ist mein Bruder. Ich bin Hetzer. Bruder, wann hörst du auf? Wann hörst du auf? Wann hörst du endlich auf, hier die ganze Zeit rumzuhetzen? Das kann doch nicht wahr sein. Bruder, hier, hier, Bruder, seit vier, fünf Monaten, jeden Tag das Gleiche. Du hast uns auseinandergenommen. Bruder, wann hörst du auf? Wann hörst du endlich damit auf? Wie viel Geld müssen wir dir geben, damit du endlich aufhörst, ey? Reicht doch, Bruder, genug Follower bekommen. Shisha-Café kannst du kaufen. Du kannst alles erreichen jetzt, reicht doch. Wir haben ja eigentlich auch eine Frage, Bruder. Wieso diese hier, diese Gelehrten hier, oder wie die alle heißen, hier auf TikTok, die debattieren und so. Wieso traut sich keiner, sich mit dir zu unterhalten, zu debattieren? Ich weiß nicht, wo die, wenn du hier reinkommst. Okay, du kickst manchmal welche raus, aber wieso traut sich keiner mit sich, mit dir zu debattieren? Ich hab keine Ahnung, die trauen sich, aber die müssen auch damit rechnen, dass ich auch dementsprechend zurückfeuere, ne? Aber du bist schon, deine Aussagen sehr, sehr, ich sag mal so, das ist nicht gut, du sagst schon viele Sachen, Bruder, das ist verletzend. Oh, jetzt hab ich schon wieder einen Verstoß. Ich glaube, irgendwas ist da gerade passiert, irgendeinen Verstoß hab ich gerade bekommen. Ja, weil du Auto fährst, das sieht man bestimmt. Nee, sonst hätte ich da unten, diese Leiste wäre da wiedergekommen. Ich glaube, du hast irgendetwas gesagt. Echt? Ja, ich glaube, du hast irgendetwas gesagt, keine Ahnung. Ja, äh, man kommt deinem Bruder live, weil der hat wirklich sehr, sehr viel Wissen, was andere Geschichten angeht. Nicht nur das, was ihr jetzt die ganze Zeit macht, andere Themen. Ja, mein Bruder, der, ich meine, eventuell vielleicht nachmittags oder was, oder abends, je nachdem, wie man sich fühlt. Man ist ja auch den ganzen Tag unterwegs und irgendwann mal schaltet man ja auch ab und möchte auch mal runterfahren. Aber ich mag das immer, wenn ich mit meinem Bruder live gehe, dann ist das immer eine gute Sache. Ja, der ist Film. Und der hat aber auch wirklich sehr, sehr viel Wissen, was andere Sachen angeht, was Musikindustrie angeht, Filme. Seine Entschlüsselungsvideos sind der absolute Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass der Satan so extremst gegen Jesus Christus vorgeht. Das ist unfassbar. Ja, das ist echt seltsam, ne? Bei vielen Filmen kommt immer so Jesus vor euch. Dann denke ich mir immer, ob du kein Jesus bist. Es dreht sich nur um die Personismus Christi. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall seltsam. Aber, äh, Amir. Jetzt hat er kein Netz. Amir. Ja. Hast du noch muslimische Freunde? Ich habe noch muslimische Freunde, aber wir hängen nicht miteinander ab. Aber ihr seid noch Freunde? Ja, man unterhält sich ganz normal. Das ist gar kein Thema. Also von daher. Es sind ja auch viele, die ganz moderat sind, die auch gar nichts mehr mit dem Islam zu tun haben. Es sind nur einige Fanatiker, die sich irgendwo hier rumtreiben. Ja, so, wenn du Freunde hast, die sind Muslime und die tun dir nichts, die reden mit dir normal. Wieso bist du dann so aggressiv drauf gegenüber anderen Muslime? Ich bin nicht doch, ich bin doch nicht aggressiv gegenüber den Muslime. Guck mal, es gibt 1,82 Milliarden Muslime. Wenn es danach ginge, so wie diese Aussagen, was du triffst, dann, äh, weiß ich nicht, müssten wir hier auf der ganzen Welt ein Schlagfeld haben. Ja, stell dir mal vor, nur ein Prozent davon ist radikal. Was ist das für eine Zahl? Ja, radikal, gegen die haben wir selber was. Ja, also hast du gegen so 20 Millionen Menschen etwas, so, oder noch mehr sogar. Ja, also diese Zahl ist viel zu hoch. Zum Beispiel diese Daesh, die waren vielleicht eine Million. Ich gehe ja, ich gehe ja nur von ein Prozent aus. Wenn du sagst, zwei Milliarden. Du gehst ja, ja, ich sage, zwei Milliarden Muslime gibt es. Und, okay, wenn, okay, wenn, okay. Ja, siehst du, ein Prozent, siehst du, siehst du, siehst du, ich sage nur ein Prozent. Und das ist ja wohl, ähm, irgendwo ja nachzuvollziehen, dass ein Prozent eventuell die, äh, Koran und Sunna und alles Ernste, ein Prozent reicht nur. Das sind schon 20 Millionen Muslime, die bereit sind zu morden, zu töten, alles. Das gibt es in jeder Religion, Jahn. Das gibt es, das gibt es in jeder Religion. Nein, nein. Guck mal, es gibt so viele Muslime, du kennst doch viele, hier alle Leute im Chat. Es gibt doch so viele Muslime, die ihr selber kennt. Tun die euch was? Nein. Gehen die mit euch essen? Gehen die mit euch zur Schule, arbeiten? Nein, nein, das meinen wir doch gar nicht. Das sind Muslime, die hier in Europa groß geworden sind und ein anderes Auffassungsvermögen besitzen. Sie auch gar nicht mehr mit dem Islam richtig zu tun haben. Denn würden sie ihre Schriften ernst nehmen und das Leben Mohammeds, dann wirst du sehen, was aus ihnen wird. Sie würden am Dschihad teilnehmen gehen. Das glaube ich nicht. Ja doch, das musst du glauben. Weil wenn der Mohammed gesagt hat, was ist denn die beste Tat, die ein Muslim vollbringen kann, hat er gesagt, ja, Dschihad machen, im Namen Allahs zu kämpfen, Fisabilillah. Der beste Dschihad, den ein Muslim machen kann, ist das, wenn sein Pferd verwundet wird und er selber verwundet wird. Das ist der beste Dschihad. Also im Kampf, Krieg führen. Guck mal, hier ist es Christus, ne? Ja. Von wem wurde er ermordet? Oder ans Kreuz genommen? Die Juden haben ihn angeklagt und die Römer haben ihn gekreuzigt. Genau. Es waren keine Muslime. Es gab ja damals sowieso keine Muslime. Aber es waren ja nicht mal Falästinenser oder etwas Ähnliches. Es waren Juden. Aber Bruder, seit fünf Jahren... Ja, was hat das denn jetzt damals... Ja, aber guck mal, seit fünf Jahren... Ich gucke schon YouTube bei dir, was du so machst, was du so sagst. Du bist ein lustiger Typ, aber seit fünf Jahren sagst du Muslime, Muslime, Muslime. Aber es waren doch nicht mal Muslime, die deinen Propheten oder Gott angegriffen oder verletzt haben. Verstehst du mich? Ja, okay, das waren sie nicht. Aber siehst du dich auf der ganzen... Mein Lieber, welche Glaubensgruppe der Welt wird am meisten verfolgt? Und wo findet das statt? Das weiß ich nicht. Doch, das weißt du. Es sind die Christen... Das weiß ich nicht, aber guck mal, Amir. Von diesen 20 Ländern sind zehn davon islamische Länder. Also die meisten islamischen Länder verfolgen die Christen, weil sie das in ihren Schriften haben. Weil Mohammed, Omar, Abu Bakr das genauso getan haben, wie Sahaba. Sie haben die Juden und Christen vertrieben, bekämpft, Jizya von ihnen genommen. Ja, wundervoll. Von so vielen Leuten, die mit dir live gegangen sind, Muslime auch, ne? Kannst du dich an einen einzigen erinnern, der Jesus angegriffen hat, verbal? Die ganze Zeit, die beleidigen ja den Jesus aus der Bibel. Sie glauben nur an Isa, diesen Propheten, Jesus aus dem Korban. Aber okay, dann sagen wir Isa. Haben die Isa irgendwie verbal benachteiligt, beleidigt oder sonst irgendwas? Ja, ihren Isa machen die ihren... Ja, aber dieser Isa ist nicht der Jesus Christus, der Christin. Muslime lieben Jesus. Muslime lieben Jesus. Nein, Muslime hassen Jesus. Erzähl mir nicht so Quatsch. Nein, Bruder, das ist falsch. Wir lieben Jesus. Okay, wenn sie Jesus lieben, okay. Okay, das ist ja kein Problem. Okay, du hast das ja kein Problem. Dann zeichne mal ein Bild von Jesus und geh mal damit in die Öffentlichkeit. Und dann machst du das gleich mit Mohammed. Mal gucken, ob die dich wegen Jesus töten oder wegen Mohammed. Aus Respekt mache ich das gar nicht. Aber du weißt, worauf ich mich hinaus will. Ich weiß, was du sagen willst. Mein lieber Hals. Aber manche Leute haben Respekt, manche nicht. Stimmt's? Ja, aber das hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst ja nicht aufgrund eines Bildes einfach losziehen und Menschen ermorden, man. Was ist das, man? Wie liegt doch Jesus Christus? Ja, soll ich das jetzt Menschen ermorden, die ihn jetzt einfach zeichnen oder was? Das ist falsch. Absolut korrekt. Das ist falsch. Also, siehst du, da haben wir noch eine Grundlage. Aber findest du es korrekt, dass du irgendwie, dass irgendjemand ein Bild von Jesus, was keine Ahnung... Nein, das finde ich überhaupt nicht korrekt. Ich denke, das habe ich gerade gesagt. Von der Mutter Maria. Soll ich jetzt hingehen und die... Da habe ich doch gerade gesagt, ich finde es nicht korrekt. Aber soll ich jetzt hingehen und ihn ermorden deswegen? Nein, aber man sollte gar nicht... Nein, so. Du hast Respekt, du glaubst an Jesus. Das Problem ist, die Muslime gehen physisch die Menschen an. Die gegen den Islam etwas sagen, gegen den Koran irgendwas sagen, gegen Mohammed irgendwas sagen. Das ist bei denen so verankert. Ja, die sind also gewaltbereit. So wie du Jesus liebst, wir mögen das einfach. Ja, aber warum musst du ihn denn mit Gewalt verteidigen? Ist er so schwach, dieser Allah? Nein, aber du bist wieder so komisch, das muss ich sagen. Ja, aber anscheinend ist er schwach und braucht nicht, damit du ihn verteidigst. Er braucht niemanden zu verteidigen. Ja, also, siehst du, warum gehst du dann hin und die Muslime gehen... Bist du gerade am Rauchen oder was machst du? Ja. Super. Ich hoffe, kein Joint oder sowas, ey. Nein, nein. Ja, weil ich habe mich mit einigen Muslimen unterhalten, ich werde das nie vergessen, ey. Da rauchen die sich allen erstens ein Joint von mir und reden über Allah und Mohammed und so. Mensch, ich dachte, ich gucke nicht mehr richtig, ey. Das war für mich unvorstellbar. Nein, Armin, pack mich mal bitte nicht in so eine Schublade rein, ja. Nein, aber ich will dir nur sagen, es gibt... Ja, leider, aber auch Christen, auch Buddhisten, auch Hindus... Ja, sag ich doch, aber du musst mal... Ja, was passiert mit den Muslimen, was passiert mit den Muslimen, wenn diese erwischt werden in einem Scharia-Staat? Ja, deswegen gehen die ja nicht in der Scharia-Staat. Aha, sie hassen also ihre eigene Religion, wollen nicht Allah machen. Oder Christen, die das wissen, dass für dich wahrhaftige Christen... Nein. Nein, das nicht, aber du weißt ja, du weißt ja, dass die Taten... Ja, nein, du weißt ja, dass die Taten einen auch aus der Religion werfen, aber die schlimmste Sünde, die ein Muslim halt begehen kann, ist Schirk. Beigesellung neben Allah, Götter, also Götter beigesellen. Was darüber hinaus ist eine Sache erst mal zwischen ihm und Gott, aber wenn sie dich dann erwischen, werden sie dich dann hinrichten. Guck mal, weißt du, was wir nicht verstehen, was ich vor allem nicht verstehe? Guck mal, Jesus Christus ist für mich etwas ganz Besonderes. Okay? Warum nimmst du ihn dann nicht an? Ich kann nichts Falsches über ihn sprechen, hörst du mich? Ja, aber warum nimmst du ihn dann nicht an, wenn etwas Besonderes für dich ist? Ich sag dir noch, ich sag dir noch, guck mal, ihr sagt ja, Heiliger Geist, Jesus Christus... ...und der Vater, korrekt? Vater, so ein Alimenter, ist die Reihenfolge. Dann die Reihenfolge. Aber ich verstehe nicht, wenn ihr sagt, Jesus Christus ist Gott, aber dann betet er zu dem Vater. Das verstehe ich nicht, Bruder. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, weil wir an eine Trinität glauben. Wir glauben, dass Gott in Ewigkeit schon, sag ich doch, er betet nicht um Vergebung oder sowas. Das ist ein Gespräch, eine innige Liebesbeziehung zwischen Sohn und Vater. Und der Vater hat auch den Sohn verherrlicht, so wie der Sohn den Vater verherrlicht hat. Und diese innige Beziehung zwischen Gott, Vater und Gott, Sohn werden wir so niemals begreifen. Weil wie willst du mit deinem begrenzten Verstand ein unbegrenztes Wesen denn verstehen? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Unsinn. Aber wenn du ein Problem damit hast, zu wem gehen denn Allas Gebete in Zuge 33, Vers 26? Geh jetzt nicht kurz in die Islam rüber. Ich will es doch verstehen, Bruder. Ich stelle dir doch eine Frage. Ich will es doch nur verstehen. Wir wollen auch verstehen. Wir glauben an einen trinitarischen Gott, dass der Sohn zum Vater betet. So, das macht aber Sinn. Zu wem betet aber Allah, wenn Allah der einzige Gott ist? Sind es dann mehrere Götter oder nur ein Gott? Nein, das ist in diesem Gott existieren drei voneinander unabhängige Personen. In Ewigkeit schon. Und die Gebete zum Sohn gehen zum Vater und der Vater bitt auch zum Sohn. Das ist ein Gespräch zwischen den beiden. Verstehst du? So wie in einer Familie. Es ist eine Familie und du redest mit deinem Vater und dein Vater redet mit dir. Wo ist das Problem? Kann Gott sowas nicht? Gott ist für mich nur eine. Antworten. Siehst du, wie du auf einmal denkst, ja stimmt, Gott kann ja alles. Wenn er möchte, kann er ja dieses eine Wesen sein. Ja, und kann sich in drei Personen zeigen. Er kann sich in drei Personen zeigen. Mein Lieber. Er kann sich in drei Personen zeigen. Und die können auch miteinander, untereinander reden. Richtig? Gott kann alles. Du darfst Gott nicht einschränken in deinem Verstand. Sag mal, du. Du hast es versucht zu erklären. Ich sag dir ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Ja, du hast es verstanden. Nein, wirklich. Du hast es verstanden. Ich habe dir anhand des Beispiels. Mein Lieber, bitte. Es können ja nicht drei Sachen eine sein, Bruder. Ich will mich damit nicht verletzen. Ich will es doch nur verstehen. Ich will niemanden damit verletzen. Wir wollen es doch nur verstehen. Ich will es doch nicht verletzen. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, sorry. Verbindung. Also nochmal, dass man Gott nicht in seinen Fähigkeiten einschränken sollte. Gott ist nichts unmöglich. Und da haben die Muslime ein Riesenproblem damit. Und sie schränken ihn immer wieder ein in ihrem Verstand. Es ist mir immer wieder aufgefallen. Und ich mir dachte so krass. Warum machen die Muslime das immer wieder? Warum machen sie das? Gott immer wieder einzuschränken. In seiner Allmacht. Er ist allmächtig. Er kann alles. Ja, und dann habe ich ihm anhand der Familie das Beispiel ja gegeben. Gott als Familie. Und dann kommt Vater, Sohn, Mutter. Und sie alle kommunizieren ja miteinander. Wo ist das Problem? Eine Familie, Personen. Ein Gott, drei Personen. Sie kommunizieren untereinander, miteinander. Gott kann alles. Es ist ganz einfach. Wenn du die ganze Zeit in deinem Hinterkopf behältst, dass Gott alles kann, raffst du auch die Trinität und alles. Weil Gott nichts unmöglich ist. Gott ist nichts unmöglich. Ja, ich hoffe natürlich, dass er darüber nachdenkt, dass er Gott nicht mit seinem Verstand einschränkt. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dann, wenn du hier oben eine Blockade hast, dann kriegst du den Knoten auch nicht mehr auf. Weil du ständig immer wieder darüber nachdenkst. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Gott macht das nicht. Gott kann das nicht. Und immer wieder. Und die Frage stellt sich, wie kann Gott? Merkt ihr, wie oft ich mit Leuten spreche und sagen die, ja, wie kann Gott? Allein diese Frage zu stellen, ist schon der Wahnsinn. Weil Gott kann alles. Wie kann Gott? Funktioniert das noch hier mit der Anfrage? Kann man bitte jemandem eine Anfrage schicken? Ich will mal sehen, wie das funktioniert. Allmacht ergibt einfach keinen Sinn. Hä? Was ist das? Funktioniert das, ihr Lieben? Kann man jemandem eine Anfrage schicken? Ich will mal sehen, ob das funktioniert. Nein, also auch jetzt. Ja, okay, alles klar. Für diejenigen, die nicht wollen, dann geht wieder raus. Ja, irgendwie funktioniert das nicht. One näher. eine frage eine frage oder zwei fragen eine okay ja ausnahmsweise darfst du nicht was bist du bist marokkaner wie gut wie gut ich bin der heftigste ich weiß genau wer ihr alle sein warum ich mich ex muslim nenne weil ich den buddhismus verlassen habe ja weil ich buddhismus verlassen habe ja doch weil man kennt mich unter dem pseudonym ex muslim weil ich seit fünf oder sechs jahren jetzt ein youtube-kanal betreibe ex muslime klären auf tv und alle kennen ich verarsche dich nicht du bist muslima weißt du dass du bei allah so als eine verfluchte frau gilt wirklich der muhammad hat gesagt dass solche frauen wie sie schminken und parfüm auftragen und die zähne so der muhammad sagt das doch sie ist nicht am schminke das kann doch nicht wahr sein er ist ex muslim das kann doch nicht wahr sein ich gehe kaputt der heurischische tik tok muslimer hör mal meine liebe weißt du dass allah sagt wenn eine frau sich ihre gesichtsbehaarung entfernt hat so augenbrauen zuft und so landet sie im höllenfeuer schwärm auf gott wusste ich nicht danke dankeschön ja du bist ja schon längst raus aus dem islam mein kopf bitte frag mal nach seiner tisch aber er ist auch so er ist auch so meine liebe meine liebe weißt du was dir eigentlich blüht wenn du in den tod gehst er ist so unglaublich dass du das alles so auf die lockere schulter nimmst du bist ein käfer 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 in den augen der muslime doch du zeigst dich unbedeckt du zeigst deine aura du schminkst dich du hast lippenstrift drauf du zupfst deine augenbrauen siehst du es gibt sogar leute die dich beleidigen in deinem chat ok und jetzt soll ich jetzt weinen ja ne du sollst nicht weinen du sollst dir darüber gedanken machen was für eine religion du als frau angehörst ein kauftuch anziehen ja genau siehst du es gibt muslime die sich über dein verhalten aufregen und sagen du bist eine dreckige kerfeder und jetzt ich sag ja nur das sind deine das sind deine Glaubensgeschwister das sind deine Achis und Uchtis und jetzt ja die hassen dich und jetzt ja komm einfach raus aus dem islam und triff eine entscheidung für jesus erstens ist eine Sache ich mir um gott was ich mache das hat euch keines anzugehen dass ihr euch einmischt ist auch warte mal darf ich Augenbrauen wegmachen bitte ey wer hat aber gesagt dass ich meine Augenbrauen weg mache erstens niemand hasst dich das ist unglaublich hast du gesehen hast du gesehen oh mein Gott oh mein Gott bist du dumm sei mal ehrlich bist du dumm niemand hasst dich darf ich dir mal eine frage stellen ja alles gut darf ich dir mal eine frage stellen darf ich dir mal eine frage stellen darf ich dir mal eine frage stellen nein nein Spaß Jakob ähm was würdest du von mir denken wenn ich zum Beispiel sagen würde ein Mann sollte nicht in Frage gestellt hallo ja was würdest du was würdest du was würdest du von mir halten wenn ich zum Beispiel sagen würde ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden warum er seine Frau schlägt wie ich verstehe die frage nicht was würdest du von mir halten wenn ich die Aussage tätigen würde ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden warum er seine Frau schlägt was würdest du von mir halten keine Ahnung Keine Ahnung Ja, was soll ich halten? Bin ich ein guter Mann in deinen Augen oder so ein Drecksack? Ja, Drecksack dann Ah, danke schön, da hast du gerade deinen Propheten beleidigt Warum? Er hat das nämlich gesagt Was denn? Er hat gesagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden warum er seine Frau schlägt Ich kann kein Deutsch mehr, was ist in Frage gestellt? Ich wundere, ich verstehe ihn nicht Ich habe gerade einfach ein bisschen Seht ihr? Das ist so krank Ja, ein Drecksack Das ist so Wahnsinn Seht ihr? Hey Oh, du bist Türke, ne? Kurde Kurde, ah ok Weil du hast salamu alaikum gesagt Die meisten Türken sagen küm Aber ich sage das eigentlich gar nicht Aber ich kann nur Türkisch Ich kann jetzt kein Achso, ok Was, sprichst du zu Hause Kurdisch oder was? Oder Türkisch? Also meine Eltern können beides Aber ich spreche nur Türkisch Ah ok Und die können Kurmanji alle Dialekte, ne? Die können Sasa nur Nur Sasa Ah, Sasa, ok Und wie alt bist du? 18? 20 20, ok Hast du dir so Gedanken gemacht um deine Ewigkeit und sowas? In diesem Alter? Ja, du wirst ja eines Tages in den Tod gehen Hast du dir darüber schon mal so Gedanken gemacht So was mit dir passiert, so nach dem Tod? Also ich, also ich habe jetzt Nein, eigentlich wirklich so nicht direkt, nein Nicht so direkt, ne? Weil du noch jung bist Und du kannst noch Hast noch viel Zeit, ne? So diese, diese Logik, ne? Ja, also So spezifisch noch nie so drüber Nachgedacht Aber schon ein paar Mal mit meinen Kollegen so Drüber diskutiert So, weißt du, so Weil ich bin Alevite Und ich habe mit Oh, Alevite Genau Ok Und ich habe Du weißt ja, dass ihr im Islam Also ihr habt mit dem Islam nichts zu tun Ja Und die Sunniten betrachten mal das Kuffar, ne? Das bedeutet? Das bedeutet, dass ihr Ungläubige seid Und du siehst ja, was der islamische Staat mit euch gemacht hat In Irak und Syrien Was haben die gemacht? Die haben euch abgeschlachtet Also ja, also so Sachen, weißt du, jetzt ist auch Allgemein jetzt auch Auch in der Türkei passiert schon oft genug Dass wir auch allgemein Benachteiligt wird Ja, benachteiligt wird Ich sehe halt so Den Sinn nicht richtig dahinter Also ich sage jetzt nichts gegen die Muslime oder so Aber so allgemein Das, was ich so überlege Und mir angeschaut habe Mit einem Kollegen, der auch gläubig ist Der auch manchmal am Tag betet Habe ich es mit ihm besprochen und alles Und dann macht für mich nicht viel Sinn Zum Beispiel Also aus meiner Sicht aus so Ja, du musst halt nur aufpassen Wenn irgendwann mal Dein Freund Der ja sunnitischer Muslim ist Sich mehr und mehr mit seinem Glauben beschäftigt Er dann auf einmal merkt Dass er überhaupt gar nicht mit dir abhängen darf Weil du nicht dem Islam angehörst Und er eigentlich hart und herablassend zu dir sein muss Laut Sura 48, Vers 29 Okay Ja, also das ist jemand Dein Kollege ist also jemand Der sich nicht so intensiv mit dem Koran beschäftigt hat Und auch nicht Mohammeds Leben so berücksichtigt hat Deswegen ist er auch so nett zu dir Also das heißt Man darf nicht zu Menschen Menschen sein, Mensch bleiben Zu den Menschen Nur wegen der Religion oder was? Genau Der Mohammed wurde ja von Allah Beforen hart und herablassend gegenüber Diejenigen zu sein Die nicht dem Islam angehören Und so heißt es ja in Sura 48, Vers 29 Mohammed ist der Gesandte Allah Die, die mit ihm sind Sind barmherzig zueinander Das heißt Muslim zu Muslim Aber hart gegen die Kufar Das heißt Die Härte spüren lassen Und das heißt Ihr dürft auch zum Beispiel zu Christen Oder allgemein auch nicht gut sein oder was? Die Muslime dürfen das eigentlich nicht Nein Die Muslime müssen uns aufgrund unseres Glaubens bekämpfen Das findest du in Sura 9, Vers 29 Kämpft gegen diejenigen Die nicht an Allah Und an seinen Gesandten glauben Und die nicht das verbieten Was Allah und sein Gesandter für Verboten erklärt haben Okay Von den Leuten der Schrift Das heißt Juden und Christen Und wie soll man dann so leben Mäßig Arbeit Alles Am Alltag und alles Wie soll man dann mit dem so Zusammenarbeiten Wenn man das beachten muss? Wie du mit denen zusammenlebst Es gibt nur einen Vertrag Das nennt sich Akte Wimmer Das ist ein Vertrag Den du dann halt mit diesen Wimmis dann schließt Also uns in diesem Fall Mit Juden, Christen Und Andersgläubigen Weil Mohammed hat ja gesagt Wenn ihr irgendwann mal die Oberhand haben werdet So müsst ihr sie vor drei Alternativen setzen Islam annehmen Jizia bezahlen Oder Tod durch das Schwert zu erleiden Und das ist ein Desaster Das ist ein Riesendesaster Und der einzige Möglichkeit Dem Ganzen zu entkommen Das ist ja nur für Juden und Christen Für alle Andersgläubigen Gibt es ja nur den Islam oder Tod Wir dürfen neben den Muslimen Als so zweiter Also als zweiter Klasse Mensch Als erniedrigter Mensch leben Das ist heftig Also das heißt Wenn dein Chef jetzt Christ ist Dann darfst du mit dem nicht Eigentlich musst du mit dem Scheiße sein Also musst du mit dem eigentlich Herab anlassen Ja solange du nicht Genau Solange du nicht die Oberhand hast Musst du dein Gesicht verstellen Das sagt der Allah ja auch In Surah 3 Vers 28 Wenn ihr unter der Autorität der Ungläubigen seid So dürft ihr euch ja auch verstellen Das nennt man so Sowas wie die Taqiyah Ich weiß nicht wie gut du dich auskommst Ich glaube gar nicht Nein gar nicht Da musst du das mal bitte googeln Surah 3 Vers 28 Tafsir al-Kurtubi al-Tabari al-Jalalain Ibn Kathir Also die sagen Also die Mufassirin sagen Wenn du zum Beispiel Unter der Autorität der Ungläubigen bist So darfst du das wahre Gesicht des Islams verstellen Bis du eines Tages die Oberhand hast Und dann legst du los sozusagen Aber solange die Ungläubigen Genau Solange die Ungläubigen Macht über dich haben So kannst du das Gesicht des Islams verstellen Und du kannst dich so unter ihnen mischen Aber du musst sie in deinem Herzen hassen Okay Aber dann Wenn du dann die Oberhand hast Sorry dass ich unterbrochen habe Aber wenn du dann noch die Oberhand hast Musst du dann scheiße sein zu denen oder was Also Rab lassen sein dann Oder was Ja richtig Da muss man dann gucken Wenn man die Oberhand hat Die Scharia einsetzt Wie man dann mit Juden und Christen In einem islamischen Staat umzugehen hat Und der islamische Staat in Irak und Syrien Hat uns gezeigt Was es heißt Unter einem Kalifat zu leben Und da siehst du mal Wie dreckig die Muslime einen behandeln Wenn ein Kalifat gegründet wird Unter der Autorität eines Kalifen Der nach Grundlage von Sunna und Koran richtet Und das praktiziert Was Omar ibn al-Khatab Im 6. 7. Jahrhundert praktiziert hat Unglaublich Okay Also das heißt Wenn jemand Scheiße Wenn jemand zu dir gut ist Muss du aber scheiße zu ihm sein Weil er nicht In deinem Glauben glaubt So Genau Die Muslime Fühlen sich immer überlegen Das sagt ihnen Allah ja auch In Sura 3 Vers 110 Ihr seid die beste Gemeinschaft Die Allah jemals hervorgebracht hat Ihr gebietet das Gute Und verbietet das Verwerfliche Und wieso heißt du Wenn ich fragen darf Ex-Muslim Weil ich den Islam verlassen habe Okay Und das Ja gut Ich wollte dir gerade sagen Das rate ich dir auch Aber du hast ja mit dem Islam nichts zu tun Du selber musst dir Gedanken machen Um deine Ewigkeit Denn eines Tages wirst du in den Tod gehen Mein Lieber Und da gibt es aber jemanden Der dir Vergebung deiner Schuld anbietet Und das ist der Jesus Christus Der dich über alles liebt Und sagt Komm Ich werde dir alles vergeben Weil Was passiert mit dir Wenn du heute stirbst Weißt du das? Nein Das weiß niemand Bist du? So Und der Jesus Christus sagt Ich bin die Auferstehung Und das Leben Jeder der an mich glaubt Wird leben Auch wenn er stirbt Johannes 11,25 Es wäre also angebracht Einmal in deinem Leben Sich hinzusetzen Nicht nur hier auf TikTok rumzulungern Das Evangelium aufzuschlagen Und die Person Jesu Christi kennenzulernen Also du bist jetzt Christ oder was? Ich bin Christ geworden Ja Weil ich auch über den Islam halt aufkläre Und die Menschen auch zu Jesus Christus rufe Dass sie sich Gedanken machen um ihre Ewigkeit Dass da jemand ist Der sie über alles liebt Und sein Leben für sie gegeben hat Damit du Vergebung deiner Schuld hast Verstehst du? Ja Ja Du brauchst nicht dein Leben zu opfern für Allah Sondern Gott hat alles selber in die Hand genommen Nahm die Form eines Menschen und hat für dich bezahlt So ist das So ist das Warte ich möchte dir noch den Hadith zeigen In dem der Prophet Der Mohammed gesagt hat Dass er den Muslimen befohlen hat Die Menschen vor die Wahl zu stellen Ich hoffe ich finde den auf die Schnelle so Ich bin der Muslimen befohlen hat Ich bin der Muslimen befohlen hat Ich bin der Muslimen befohlen hat Was ist denn los? Alle am streiten hier bei mir drin Also liest die Bibel Der eine sagt Der so oft verfälscht wurde Die Bibel und so Willst du lesen und so Die Bibel wurde verfälscht Ja das macht natürlich Allah zu einem Idioten Weil Allah die Bibel herabgesandt hat Also du musst dir mal vorstellen Was die Muslime da behaupten Wir fragen mal ob Jesus Jemand fragt ob Jesus allwissend ist Ja natürlich ist er allwissend Was ist das damit zu tun? Erst jemand schreibt Walla er macht dich fertig Geh raus Ich will nur hören was er sagen will Digga es geht mir gar nichts Ich diskutiere gar nicht mit ihm Ich will nur hören was er sagen hat Weil ich glaube mein so glauben Das was ich so gelernt habe von meinen Eltern Weißt du wann der jüngste Tag ist? Weißt du wann der jüngste Tag ist? Wie vor jeder Wieder an Letzt mich 3 6 2 2 2 2 • 5 10 1 1 1 3 2 Für die alle, für allejenigen, die das prüfen wollen, das ist in Sahih al-Bukhari, Hadith 3159 und 3160, Sahih al-Bukhari, Hadith 3159 und 3160 und hier heißt es, Unser Prophet, der Gesandte unseres Herrn, hat uns befohlen, euch zu bekämpfen, bis ihr Allah alleine anbetet oder uns die Jizia bezahlt. Und unser Prophet hat uns darüber informiert, dass unser Herr sagte, wer auch immer von uns getötet wird als Märtyrer, wird ins Paradies gehen, um ein luxuriöses Leben zu leben, das er noch niemals gesehen hat. Und wer auch immer am Leben bleibt, soll euer Meister werden. Ist das zu fassen? Hört sich sehr liebevoll an, ne? Ja, ja. Das ist unglaublich. Ja, natürlich nimmt der islamische Staat das ernst. Wenn der Mohammed sowas befohlen hat, dann gehen die hin und bekämpfen alle Kuffar und nehmen von ihnen Jizia, so Schutzgeld. Und dann gibt Mohammed ihnen noch so die Möglichkeit, wenn man im Kampf gefallen hat, im Kampf gefallen ist, dass man so ein luxuriöses Leben in Gender führt. So mit einem Palmen, P-I-N-I-S und 72 Jungfrauen und sowas. Ihr müsst aufwachen, ihr Muslime, Mann. Kommt zu Jesus Christus. Jesus Christus liebt euch über alles und hat sein Leben für euch gegeben, damit ihr wegkommt von diesem Zeugs. Damit ihr euer Leben dem Herrn gibt und gerettet werdet. Und wegkommt von Al-Hur-El-Ein mit Jungfernhäuschen zerfetzen und einem Palmen, P-I-N-I-S. Ja? Ihr müsst aufwachen, ihr Lieben. Ihr müsst aufwachen. Wo befindet sich das? In Sahih Al-Bukhari 3159 und 3160. 3159, 3160. 3159, 3160. Verbindung fehlgeschlagen. Nein. 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 Amir Bus, bitte. Ja, na klar. Für euch alle gibt es Busse. Amir, Bruder, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Dein Herr lässt dich nicht verbinden. Ja, passiert auf und zu mal. Passiert auch sowas. Was ist los? Kein Mut mit Anna zu debattieren. Ja, natürlich kein Mut. Sehr, sehr Mut. Sehr, sehr Mut. Mann, wie bist du, Mann? Nimm mich rein. Nimm mich rein. Nimm mich rein. Nimm mich rein. Ach ja. Hallo. Hi. Was geht, Kefir? Was geht bei dir, Kefir? Ich bin kein Kefir. Ich bin aus der Kirche. Warum? In meinen Augen bist du ein Kefir. Warum? Ja, warum bin ich denn in deinen Augen ein Kefir? Weil es keinen Gott aus Allah gibt. Und du sagst? Ja, und ich sage, es gibt keinen Gott außer Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wie viele Götter gibt es denn im Christentum? Ein Gott. Wie viele Götter gibt es denn im Islam? Natürlich nur ein Gott. Ach ja? Aber ist Jesus Gott oder was ist Jesus? Jesus ist der ewige Gott. Zu wem betet denn dann Allah in Sura 33, Vers 56? Allah betet zu keinem. Wir beten zu Allah. Aber Jesus? Er betet selber. Aber Jesus? Doch, doch. Nein, nein, nein. Er betet. Nein, nein. Nein, nein. Allah betet in Sura 33, Vers 56. Was sagt er denn? Er betet für Mohammed. Allah und die Engel beten für Mohammed. Wenn Allah Gott ist und nur ein Gott existiert, zu wem betet denn dann Allah? Zu sich selbst? Allah betet zu keinem. Doch, er betet in Sura 33, Vers 56. Du kannst den arabischen Text nehmen und dir das von einem unabhängigen Araber mal übersetzen lassen. Und wie betete Jesus? Er betete zum Vater. Er fiel mit Angesicht zum Boden und betete wie ein Moslem. Ja, und die Buddhisten machen das auch. Heißt das, dass sie jetzt an Gott glauben oder was? Heißt das, dass sie an Allah jetzt glauben oder was? Hast du schon mal gesehen, wie Buddhisten beten mit dem Angesicht zum Boden? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ja, siehst du, also, was erzählst du denn da? Du siehst, dass es gläubige Menschen gibt, die sich auf ihr Angesicht niederwerfen und zu Gott beten. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass das auch so die Wahrheit sein soll. Oder dass ein Beweis dafür sein soll. So gut kann ja auch der Buddhismus ja dann richtig sein, nach deiner Auffassung nach. Nee, es ist ja nicht nur das, aber ich sehe zum Beispiel in meinen Augen, wenn Jesus Gott sein soll, hat Gott Schwächen? Natürlich nicht, aber wenn Gott sich selber einschränkt, dann musst du auch damit klarkommen, dass Gott in dem Moment menschliche Eigenschaften übernimmt. Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Er braucht nicht auf die Erde kommen für die Menschheit. Er braucht sich nicht als Mensch auszugeben. Warum? Wieso nicht? Gott ist allmächtig und kann das. Die Frage ist, kann er das? Er kann das, richtig? Natürlich, er kann alles, aber er braucht das nicht. So ist das, siehst du. Wer bist du, dass du sagst, dass er das nicht braucht? Vielleicht will er das so. Aber im Qur'an, Allah ist nicht wie ein Mensch. Ach nein? Warum denkt er dann so wie ein Mensch in Sura 6101? Nee, wie? Ja, da Allah sagt, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe. Hast du schon mal sowas gehört? Allah, der Allmächtige, sagt, wie sollte ich ein Kind haben, wo ich doch keine Gefährtin habe. Also ohne Freundin ist es nicht möglich. Hast du schon mal sowas gesehen? Also hat er so menschliche Attribute. Er denkt wie ein Mensch, der Allah. Da steht so eine Frage. Hey, ihr dummen Christen. Wie sollte ich denn einen Sohn haben, wo ich doch keine Freundin habe? Ist das zu fassen? Jetzt ist er rausgegangen. Ich gehe kaputt. Das ist unglaublich. Ich gehe kaputt. Was war das gerade, dieser Blitz? Was war das? Wer hat dir einen Blitz reingesendet? Was war das? Es hat geblitzt und gedonnert. Blitzen und Donnern. Vielen lieben Dank für diese Geschenke, ihr Lieben. Dankeschön. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten, des Allerhöchsten. Hier, grüße dich. Ja, grüße dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch. Dankeschön. Wie geht es dir? Alles gut? Ja, alles soweit gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Erstmal danke dir auch für das, was du hier tust. Du schaust seit ein paar Tagen wieder mit, wie du hier beleidigt wirst und alles. Das ist der Hammer. Das war Wahnsinn, ne? Also wenn ich noch Muslim wäre, würde ich mich echt grob schämen. Aber ich schäme mich halt irgendwo für die Menschheit plötzlich. Und ja, danke dafür, dass du so krass auskriegst. Ich wollte dir halt auch noch ein paar Worte mitgeben für die Muslime, die hier sind. Und zwar, die tun sich ja so schwer zu verstehen, dass der Islam, sagt man, nicht richtig ist. Die wollen es irgendwie nicht verstehen. Und ich möchte hier ein paar Worte mitgeben, vielleicht muss es den einen oder anderen bewegen, obwohl du eigentlich schon viel mehr sagst. Ich sag mal so, die Muslime, wir sind ja von der Familie her aufgetreten, wir wissen gar nichts. Das heißt, irgendwann müssen wir uns doch Gedanken machen, an was glauben wir. So, an was glauben andere Menschen. Wieso gibt es Christen, wieso gibt es Jube, wieso gibt es den Islam? Bist du selber aus dem Islam gekommen? Bist du selber aus dem Islam gekommen? Natürlich, natürlich. Also meine ganze Familie ist doch Muslimisch. Ich bin der Erste, der, sag ich mal, ausgegeben ist. Und der Grund dafür ist einfach, dass ich sage, wieso nicht Christ, beispielsweise. Die Muslime sagen, weil die Bibel verfälscht worden ist. Das heißt, der Koran müsste ein Buch sein, da wo wir Muslime, wenn wir das lesen, eindeutig etwas daraus verstehen. Weil ja alles eindeutig ist. Da ja die Bibel verfälscht worden ist und die Leute sich es verdreht haben, müsste es ja im Koran alles eindeutig sein. Jetzt stell mal hier vier, fünf Muslime rein, die sollen mal sich über den Islam unterhalten. Was denkst du, was hier passiert? Ja, ja. Ja, also rein logisch betrachtet, der Islam ist im Endeffekt für die Leute, die sagen, die Bibel verfälscht. Der Islam ist etwas, da muss ich die Muslime untereinander sowieso schon mal einig sein. So geht's los. Dann sagt man, okay, trotzdem, ich lese mal dieses Buch. Dann liefst du dieses Buch. Aber du darfst es nicht mitteilen. Sag ich mal, nicht so lesen, was mir passt, passt mir. Was mir nicht passt, ja, habe ich jetzt nicht richtig verstanden wahrscheinlich. Da muss schon irgendwas dahinter sein. Die Erklärung muss man dazu lehnen, dies, das. Recherchiert mal wirklich, recherchiert mal wirklich von A bis Z alles gut. Schaut mal, wie der Prophet Mohammed gelebt hat. Und macht euch einfach mal ein Bild, wenn das heute mein Vater wäre, wenn das mein Vater wäre, der Prophet, würde ich meinen Vater ehren für seine Tat? Ich würde es nicht. Das ist der Grund, wie du es aufregst. Weil ich sage, Mohammed ist kein Liebes, Vorbild gewesen. Und wenn die sagen, ja, das ist, das ist für die Zeit damals, sage ich mal, ist der ein sehr guter Mensch gewesen. Ja, weil damals vielleicht die Menschen, die Frauen, die wurden ja vor Mohammed, die wurden ja alles ganz anders gemacht. Die wurden einfach verheiratet, da gab es keine Tolle, Brautgabe, nichts. Die wurden ja ohne Heirat auch, sage ich mal, das Sklaven etc. Er hat halt das alles abgeschafft und hat halt gesagt, gut, ihr könnt die Frauen heiraten, gebt ihr den Brautgabe. Das heißt, man muss dann einfach nur was dafür zahlen, wenn man die Frauen hat. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt der Weg, wo ich sage, ah, okay, jetzt ist es gut? Das kann es ja nicht sein. Nee, das Problem ist, Mohammed ist ja nicht für irgendeine Zeit nur ein Vorbild gewesen. Er ist für alle Zeiten das beste Vorbild. Für alle Zeiten, das ist das Problem. Da platzt der Islam aber. Da platzt der Islam. Ja, natürlich. Das heißt, wenn er ein kleines Kind angefasst hat und ein kleines Kind geheiratet hat, sehen die Muslime das überhaupt nicht als schlimm an, sondern machen ihren Propheten alle Ehre und machen es genauso wie er. Verstehst du? Nur hier machen es die Muslime nicht, weil sie hier von der Welt, von Deutschland und Europa kritisiert werden dafür. Aber in der islamischen Welt, wo der Islam die Mehrheit bildet hat, machen sie es. Ja, ich sage mal so, Amir, meine Verwandten sind ja alles Muslime. Aber nur mein Bruder, der ist wirklich stark religiös und geht wirklich nach dem Koran und nach dem Abyss. Mit dem kann man sich, sage ich mal, auch ordentlich über den Islam unterhalte, weil alles andere, da braucht man sich zu unterhalten. Ich habe zu ihm das mit den sechs und neun Jahren gesagt, wo der Prophet sie mit sechs geheiratet hat und mit neun Geschlecht verkehrt hat. Dann hat er halt gesagt, dass es zum Beispiel in Amerika auch so war, dass man viel früher, früher heiraten muss. Ja, aber Amerika ist ja nicht das, Amerika oder irgendein Land oder irgendein anderes Vorbild ist ja nicht so von Gott gesandt und von Gott auch gewollt. Verstehst du, was ich meine? Wenn also Menschen sowas beschlossen haben, dann ist das aus ihren pervertierten Gedanken so entstanden. Aber wenn du auf einmal hingehst und ein Prophet, das von Gott sozusagen bekommt, in einer Vision, in einem Traum und sagt, hier, Mohammed, ich habe dir Aishe gegeben mit sechs Jahren, du kannst sie ruhig nehmen. Und dann aufgrund dieses Traumes, der Mohammed dann hingeht zum Abu Bakr und sagt, ich habe deine Tochter im Traum gesehen, geh mal her, ich will sie heiraten. Desaster ist das, Mann. Das ist ja das Problem, ich lese ja diese Sachen auf. Aufgrund eines Traumes, Mann, ein Traum, wo die Muslime uns Christen fertig machen und sagen, ja, ja, du und deine Träume. Aber wenn Mohammed etwas träumt, ein kleines Kind zu heiraten, dann ist es natürlich von Allah gewollt. Aber Gott kann sich nicht in Träume zeigen, den Christen und so und ihnen Botschaften mitgeben. Nein, das geht auf keinen Fall. Nur bei Mohammed muss das immer richtig sein. Merkst du, sie versuchen etwas Bösartiges gut zu reden. Verstehst du? Hast du hier schon mal einen Muslim erlebt, der gegen diese Argumente, ohne zu beleidigen oder ohne, okay, ich muss mal nachschlagen, zu sagen, Argumente? Gibt es nicht, da gibt es keine Argumentation dafür. Mein Bruder hat dann zum Schluss das hier gesagt. Mit neun ist damals eine Frau, also hat die Pubertät, sage ich mal, schon erreicht, die hat, sagen wir mal so, wahrscheinlich das. Dann habe ich gesagt, lass mal das Mädchen 13 Jahre jung sein, das Mädchen, dann hat sie doch ihre Pubertät. Würdest du deine 13-jährige Tochter verheiraten? Und sage, wenn sie auch, wenn sie von ein bisschen her auch so weit ist, dass sie heiraten kann, sagen wir mal, sie ist von ein bisschen her auch so. Würdest du das machen? Wenn der Mann der richtige Ehemann ist, habe ich gesagt, okay, sagen wir, es ist der richtige Ehemann. Ja, dann würde ich. Dann habe ich gesagt, okay, ich würde es. Und ich würde jeden verabscheuen, der sein Kind mit 13 heiraten lässt und irgendwie, keine Ahnung, es ist einfach abartig. Abartig. Ja, das ist natürlich schlimm, schon mit 13 kriegen wir natürlich schon so übelste Probleme in unserem Kopf. Was ist dann mit sechs Jahren, was ist dann mit Baby heiraten? Die Muslime können ja auch ein Baby heiraten, sie müssen nur ein bisschen abwarten. Was aber angeht mit so anderen genüsslichen Sachen, die in Imam Rumänien...